Seltsame Wettrekorde, die absolut sinnlos sind. Dritter Platz. Das längste Ohrhaar. Bei Pai, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus. Das ist 2003 geschafft, das längste Ohrhaar zu haben. Das war über 13 cm lang. Der bessere Ohrwuchs, als ich Bartwuchs. Lass nicht drüber reden. Zweiter Platz. Größte Sammlung von Brechtüten. Oder Kotztüten, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. So ein Typ hat es geschafft, über 40 Jahre lang, über 6000 Kotztüten aus Flugzeugen zu sammeln. Und keine einzige von denen war benutzt. Der Typ ist übrigens Nick. Movie for Brecht. Erster Platz. Die meistverheiratetste Person. Linda Taylor aus der USA hat es geschafft, 23 mal sich zu verheiraten. Die kriegt es wirklich nicht hin, den richtigen zu finden, oder? Hm.